Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Mittwoch, der 19. Juli 2017, Geek Talk Daily 165. Heute habe ich die folgenden Themen für euch mit dabei. PayPal, quasi Nachtrag, Google Home, Tesla Model 3 Party, Cadillac, Zalando, LastPass, Familienplan, Surface Phone League sowie Smart Toys. Es beginnt mit quasi so einem kleinen Nachtrag. Gerade gestern, vorgestern habe ich euch ja gemeldet, dass ab sofort auch im App Store bei Apple mit PayPal bezahlt werden kann. Das geht, funktioniert sauber hin und her, ausser ihr seid eine Familie. Sprich, ihr nutzt die Familienfreigabe, dann funktioniert das nicht. Problem liegt anscheinend nicht bei PayPal, sondern bei Apple. Da ist doch zu hoffen, dass bald nächstens da auch eine Lösung nachkommt. Weil bis dann können Familienmitglieder keine Updates herunterladen und oder, was ja viel schlimmer ist, keine neuen Apps herunterladen. Also das Erste ist schlimmer. Gehen wir weiter zu den Themen. Heute, endlich, ist das Daten bekannt geworden. 8. August ist der Tag, an dem ihr eure Google Home bestellen könnt. Oder auch dann, wenn es im Verkauf kommt. Vorverkaufsstellen, in dem Sinn gibt es nichts. Sprich, diverse dieser ganzen Online-Shops führen das Ganze natürlich. Google selber auch bestellen und glücklich sein. Wer Sprachassistenten mag und Google soweit ins Haus kommen lassen möchte, mein Gott, Deutsch, der kann das tun. Ich wollte mir den eh schon länger anschauen. Zumindest Deutschland. Ich nehme nicht an, dass wir das so schnell hier in der Schweiz sehen. Deshalb, ja, wird es ähnlich wie beim Echo-Teil sein. Und ich hoffe, jetzt hat es mich nicht gehört. Ne, stimmt, war ein anderer Name. Gut, gehen wir weiter. Tesla. Die verschicken aktuell Einladungen. Und zwar Einladungen zu der Launch-Party. Denn am 28. Juli 2017, in genau 10 Tagen, genau, besser gesagt, gestern in 10 Tagen, geht der erste oder gehen die ersten Tesla Model 3 an Mitarbeiter raus, die sich das Ganze vorbestellt haben. Nicht nur Mitarbeiter, sondern auch ein paar Auserwählte. Ich nehme an, da wird auch der ein oder andere Reviewer mit darunter sein. Und dann wissen wir mehr. Das Ziel ist es, bis im August, besser gesagt, 100 Modelle auszuliefern. Im September sollen es schon 1500 sein. Und bis im Dezember will Elon Musk soweit sein, 20.000 Stück pro Monat rauszuhauen. Da braucht es dann noch ein bisschen Steigerung, bis sie dann auch die ganzen anderen Modelle raushauen können. Und sprich die ganzen Vorbestellungen, die ja bis 2018 ausgeliefert werden, sein sollten oder wie auch immer. Daumen drücken. Es scheint anzulaufen. Weiteres Auto. Cadillac. Eine, ja, wie soll ich sagen, Automarke, die wir hier in der Schweiz und Deutschland, denke ich ähnlich, Österreich, zwar kennen, aber nicht allzu viele Berührungspunkte haben. Mag unter anderem sicherlich auch daran liegen, dass es nicht gerade die günstigsten, aber für schöne Luxusmarken aus den Staaten sind. Die möchten den Autohandel revolutionieren. Und zwar mit quasi einer Flatrate für Cadillac-Modelle. Man schließt da einen monatlichen Vertrag ab, sprich, ja, bezahlt da Betrag X. Der Betrag ist nicht ganz fix. Man rechnet es um die 13, 1500 Euro Dollar rum, wird das Ganze sein. Und kann dann, ja, das Auto wählen, das einem gerade, worauf einem gerade das ist. Ob es ein SUV ist oder ein schnelles, sportliches Auto. Was auch immer ihr haben möchtet. Und das Ganze, das Coole ist, ihr müsst die Wagen nicht irgendwo abholen, irgendwo in der Stadt, wo ihr vielleicht gerade nicht seid. Die Dinge werden euch, oder die Autos besser gesagt, die werden euch frei Haus geliefert. Mit Übergabeprotokoll und allem drum dran. Spannendes System. Ja, warum nicht? Ich glaube, das könnte funktionieren. Gehen wir weiter. Bei Zalando führt man jetzt was ein oder will einführen, das ziemlich stark an Amazon Prime erinnert. Zumindest hier im Beitrag ist es so beschrieben. Und logischerweise geht es auch in die Richtung. Es wird ein monatlicher Beitrag fällig. 19 Euro ist das in dem Fall. Besser gesagt, der jährlich fällig wird. Und damit hat man dann gewisse Privilegien, wie kürzere Lieferungszeiten. In den aktuellen Fällen sind es sogar am selben Tag. Persönliche Styleberatung etc. Starten wird das Ganze in Berlin, Leipzig, Hannover, Frankfurt. Und eben somit dann nach und nach ausgebaut und somit dann halt eben auch gewährleistet, dass die ganzen Pakete auch am gleichen Tag online kommen. Bis es sich dann in Gesamtdeutschland oder noch weiter ausweitet, wird es sicherlich noch ein Weilchen dauern. Aber auf jeden Fall sicherlich kein doofer Schritt, den Zalando da geht. Dann LastPass. Das ist der Passwortmanager, den wir immer wieder mal hatten in den letzten Wochen, Monaten, besser gesagt, der immer wieder mal ein bisschen mit Sicherheitslücken zu kämpfen hatte. Der bietet jetzt neu oder will anbieten einen Familienpass, quasi einen Familienplan. Da können dann bis zu sechs Familienmitglieder sich an einer Datenbank die Passwörter holen. Und derjenige, der der Master ist, gibt dann quasi das Passwort für Netflix, für keine Ahnung was, für Amazon etc. Frei für diejenigen Familienmitglieder, die das sehen dürfen. Sicherlich keine doofe Idee. Muss man sich mal ein bisschen genauer anschauen. Wird bei uns dann sicherlich auch irgendwann mal kommen, wenn dann unsere Mädels grösse sind und ja, auch mehr Passwörter brauchen als das, was sie aktuell brauchen. Dann ist es wahrscheinlich passiert, eventuell. Oder ja, die Gerüchte. Wir brodeln zumindest aktuell in die Richtung. In einer Werbung für die Azure Cloud, also den Cloud-Dienst von Microsoft, wurde so ein komisch gebogenes Display geleakt. Komisch gebogen, halt ungewohnt. Man möge sich erinnern, wir hatten es gerade vor zwei, drei Wochen in den Newsfolgen, da hatte ich ja erwähnt, dass Microsoft mit etwas kommen möchte, sprich im mobilen Sektor. Aber sie meinten, es ist irgendwas, was noch nicht da gewesen ist oder etwas komplett anderes. Das wäre natürlich etwas, ein zusammenklappbares Telefon-Tablet, was auch immer das genau dann schlussendlich wird. Warum nicht? Wir dürfen gespannt sein und ja, mal schauen. Vielleicht war es ja wirklich auch nur einfach ein Screenshot von irgendwas, was man ja nicht direkt in dem Zusammenhang gezeigt hat. Aber ja, wir werden euch auf den Laufenden halten. Zu guter Letzt habe ich gesagt, ich spreche noch über Smart Toys. Auch das haben wir schon das eine oder andere Mal in der Daily- und auch in der Newsfolge gehabt, im Mutterpodcast. Es gibt ja diese Spielzeuge, die mit dem Internet verbunden sind, die dann sprechen können, Bilder speichern können etc. Und da wissen wir ja, dass es wie bei IoT-Geschichten mit der Security nicht ganz weit her ist. Und deshalb warnt aktuell auch das FBI von solchen Spielzeugen, wenn man Kindern solche Dinge schenkt, sollte man schon vorab klären, was sie genau machen und können etc. Damals hatten wir es vor allem mit dem Furby, glaube ich, was ich mich da informiert habe bei Hasbro. Die europäische Version war damals ja nicht betroffen von diesem Vorfall. Aber eben, checkt, was ihr euren Kindern schenkt und ja, setzt euch selber auch damit auseinander. Denn eure Kinder können es nicht besser wissen. In diesem Sinne, das waren die News, die ich für heute zusammen habe für euch. Morgen am Donnerstag bin ich wieder für euch da. Wenn ihr reinhört, würde ich mich freuen. Ansonsten euch einen erfolgreichen und schönen Tag. Und ja, wir hören uns wieder morgen. Bis dann, euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.